Corona und was die Seuchengeschichte lehrt. Essay. Kapitel Die Ansteckung des Bösen. Gelesen von Heinz Schott. Der gegenwärtige Pandemie-Diskurs kommt weitgehend ohne den Begriff des Bösen aus. Gleichwohl ist in der gesamten Kulturgeschichte kein anderer Begriff so eng mit dem Erleiden von Seuchen verknüpft wie das Böse, die es gibt zu denken. Es gehört zum Kernbestand der Kultur bzw. Religionsgeschichte, dass jene übernatürlichen Mächte, die den Menschen gut tun, der Menschheit Heilung schicken, auch in der Lage sind, den Einzelnen mit Krankheit zu schlagen und die Gesellschaft mit einer Seuche heimzusuchen. Von einem Ägyptologen, einem Experten für die Medizin der alten Ägypter, habe ich vor Jahrzehnten gelernt, dass alle ägyptischen Götter nicht nur als Heilgötter fungieren konnten, sondern zugleich auch in der Lage waren, Seuchen zu schicken. So galt die löwengestaltige Himmelsgöttin Sachmet, die Mutter der Sonne und Gestirne, die sich in bestimmten Rhythmus diese immer wieder einverleibt und gebiert, als Herrin über Leben und Tod. Sie raff die Menschen durch Krieg und Seuchen dahin. Doch wer töten kann, hatte in den Augen der Ägypter auch die Macht zu heilen und so galten ihre Priester als Heilkundige. In der griechischen Mythologie finden sich ähnliche Ambivalenzen. Apollon, der Vater des Asklepios, wurde unter anderem als Heilgott verehrt. Gleichwohl konnte er auch Krankheit und Tod schicken, etwa den Griechen, die Pest im Trojanischen Krieg. Auch der biblische Gott konnte seine Macht in einer Art Dual Use ausüben, deren Sinn den menschlichen Verstand übersteigen kann, wie die Geschichte von Hiob zeigt. In christlicher Tradition war die göttliche Sendung von Seuchen aus der kausalen Verbindung von Sünde und Strafe zu verstehen. Krankheit im Allgemeinen und Seuchen im Besonderen galten als Strafmaßnahmen der göttlichen Instanz. Dies wird dem Betrachter eines Holzschnitts von 1496 direkt vor Augen geführt. Das Christuskind auf dem Schoß der Madonna sendet mit den Fingerspitzen die infizierenden Strahlen auf zwei Frauen, die dadurch von Syphilis befallen werden. Das Bild stammt aus einer Abhandlung des Humanisten und Arztes Josef Grünpeck, 1473 bis etwa 1532, mit dem vielsagenden Titel Traktat von dem Ursprung des bösen Franzos. Der böse Franzos war das zeitgenössische Synonym für Syphilis. Die Ansteckung des Bösen ist ein doppeldeutiger Ausdruck, der uns beim anthropologischen Verständnis der Seuchen vielleicht weiterhelfen kann. Das Böse im Genitivus Subjektivus wird bedeuten, dass Seuchen von einer bösen Macht gesandt werden. Dem entspricht das Verständnis der Pandemie als kriegerischer Angriff eines unsichtbaren Feindes, den es zu besiegen gilt. Das Böse im Genitivus Objektivus dagegen würde bedeuten, dass das Böse selbst angesteckt und tendenziell vernichtet wird. Im ersten Falle würde das Böse expandieren und die Welt gleichsam in Brand setzen. Im letzteren würde es selbst attackiert, zurückgeschlagen und im Idealfall ausgemerzt werden. In der Corona-Krise können wir eine Renaissance solcher Kriegsmetaphorik beobachten. Auch wenn es bei dieser Pandemie nicht mehr zu Pogromen oder Bußprozessionen kommt, so sind doch mehr oder weniger deutliche Nachklänge einer entsprechenden Einstellung zu beobachten. Der Böse Franzos hat mancherorts dem bösen Chines Platz gemacht und Klimaaktivisten rufen Klimasünder zur Buße auf. Das traditionelle Muster von Schuld und Sühne zeigt gerade in solchen Zeiten seine ideologische Prägekraft. Die sündigen Menschen werden für ihre verwerflichen Taten von einer göttlichen Instanz bestraft und haben dementsprechend zu büßen. In der heutigen säkularen Welt erscheint diese theologische Argumentation selbstverständlich obsolet. Gleichwohl taucht sie im Gewand aktueller sogenannte Verschwörungstheorien wieder auf und läuft darauf hinaus, das Fehlverhalten von Menschen für den Ausbruch der Corona-Pandemie verantwortlich zu machen. Virologen, die durch ihre Spezialforschungen zum Coronavirus in der Fledermaus Schuld daran seien, dass es überhaupt aus dem Hochsicherheitslabor in Wuhan entkommen konnte. Konsumenten von dubiosem Wildfleisch, wie es auf chinesischen Tiermärkten angeboten und dann verzehrt werde. Ein repressives politisches System, das den Ausbruch der Epidemie zunächst verheimlicht und dann Informationen unterdrückt habe. Der Ausbruch der Seuche erscheint dann als Folge sträflichen Verhaltens. Der Mensch ist selbst an dem ganzen Elend Schuld, wäre dann die allgemeine Erklärungsformel. Die Lockdown-Maßnahmen sollten die Ausbreitung des Virus verhindern, sein gefährliches Um-sich-greifen bannen. Die Botschaft der politischen Entscheider war nach langem Zögern eindeutig. Ihr müsst euch vollständig den neuen Regeln unterwerfen, um ein Aufflackern der Seuche oder eine zweite Welle zu verhindern. Wenn ihr euch nicht daran haltet, ist alle Mühe vergebens und im Verderben ist Tür und Tor geöffnet. Daran seid ihr dann selbst schuld. Seuchen sind keine Naturkatastrophen wie Tsunamis, Erdbeben oder Meteoriteneinschläge, denn die Frage, inwieweit sie menschen- oder naturgemacht sind, ist nicht eindeutig zu beantworten. Aber es springt bei der Seuchengeschichte ins Auge, dass Epidemien sehr viel mit dem Zustand einer Gesellschaft zu tun haben, mit ihren hygienischen und moralischen Standards, kurzum mit kulturellen Faktoren. Deshalb fällt es schwer, sie als Naturkatastrophen aufzufassen, wie dies am Anfang der Pandemie von einem Virologen vorgeschlagen wurde. So sagte Christian Trosten in einem Podcast Mitte März, ich zitiere, wir haben eine Naturkatastrophe, die in Zeitlupe abläuft. Eine solche Einschätzung der Lage verzichtet auf die quasi religiöse Verquickung von Sünde des Menschen etwa als Klimasünder und Strafe der Natur etwa in Form der Klimakatastrophe. Die Natur von der und in der wir leben, ist letztlich unergründlich. Sie erscheint uns in ihrer Unberechenbarkeit gut und böse zugleich. In dem Goethe zugeschriebenen Fragment, die Natur, kommt dies zum Ausdruck. Zitat, auch das Unnatürlichste ist Natur. Die größte Kränkung für den Arzt ist seine Ohnmacht gegenüber der unheilbaren Krankheit, gegenüber dem Tod. Dennoch wird er seine Arbeit tun. Die größte Kränkung für den Wissenschaftler ist die Erkenntnis, dass seine Forschungen letztlich nur Stückwerk sind und gerade nicht den Schleier der ISIS lüften können. Dennoch wird er weiter forschen. Die größte Kränkung für den Virologen ist vermutlich, dass er molekularbiologisch alles Mögliche über das Virus weiß, aber seine tatsächliche Durchschlagskraft und Gefährlichkeit für die globale Gesundheit zum Zeitpunkt des Pandemie-Alarms genauso wenig vorhersehen konnte wie Lieschen Müller. Dennoch wird er alles daran setzen, das Virus mit seinen ausgefeilten Methoden zu begreifen. Aus der Tatsache, dass das Coronavirus gerade nicht der Superkiller ist, für den es zunächst gehalten wurde, und auch ich war selbst davon überzeugt, und von einer drastischen Übersterblichkeit hierzulande keine Rede sein kann, lässt sich nicht schließen, dass über kurz oder lang nicht doch ein Killer-Virus die Menschheit heimsuchen wird. Wird die Corona-Krise dazu führen, die grundsätzliche Verletzlichkeit allen irdischen Lebens einschließlich der Endlichkeit des Menschen demütig anzuerkennen? Es wäre an der Zeit, sich mit der verbreiteten Hybris auseinanderzusetzen. Man könne die mächtigen und unberechenbaren Naturkräfte durch Energiewenden dekarbonisieren und dergleichen Planspiele neutralisieren. Das Böse, was aus der Natur kommen kann, ist großenteils gerade nicht menschengemacht und kann nicht von ihm ausgeschaltet werden, seien es Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge oder die Strahlungsaktivität der Sonne. Dieser Umstand bedeutet aber nur, für den eine Kränkung der bestimmten ökologischen Wunschvorstellungen nachhängt, in denen das Narrativ von der guten Natur und dem bösen Menschen fortgesponnen wird. Es ist offen, was die pandemische Ansteckung der Welt in geistiger Hinsicht bewirken wird. Wird die Liebe zur Weisheit, und damit meine ich nicht primär die in philosophischen Universitätsinstituten, nach dieser Erfahrung zunehmen?